Hallöchen, ihr Baden-Hausen-Da-Draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Train Fever. So, letzte Folge hatten wir ein paar Zugstrecken gebaut, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere. Ich glaube die und die da oben links, aber dann muss ich jetzt erst mal Orgé machen und die schneiden. Oh, neuer LKW oder was ist das? Ja, neuer LKW, neuer Bus ist das glaube ich. Gar nicht mal so schlecht. Kann der was? Ich guck erst mal. Wo habe ich denn LKWs gerade rumfahren da unten? Da ist das Depot. Schauen wir mal. Was kann der denn? Neun? Ein mehr, aber der kann 40 fahren. Hm, warte mal. Ich weiß gar nicht warum das Spiel manchmal so leckt, wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, Dinge habe hier. V-40 hat er festgelegt. Hä? Mach mal auf den da. Kohle. Ja. Danke. Sehr gut. Haben wir. Ähm, du dasselbe. Bitte. Auf Kohle. Ja. Du auf Erz. Auf Erz. Danke. Ja. Du auf Güter. Hm, da. Jo. Und du bitte auch auf Güter. So. 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 Ähm, die Frage ist natürlich, warum kann ich nicht, ähm, einfach alle ersetzen lassen? Verstehe ich nicht. Wenn, ähm, das finde ich kacke, dass ich nicht einfach sagen kann, ersetze gegen das. Punkt. Warum nicht? Warum geht das nicht? Hm, ich weiß es nicht. Hm. Finde ich doof, dass das nicht geht. Finde ich echt doof. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwo geht. Ich kann es nicht sagen. Aber irgendwie, oder ich bin es einfach zu blöd dafür. Das könnte natürlich auch sein, dass es wirklich so ist. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Wir ersetzen die einfach, wenn die 100% erreicht haben und gut ist. Das könnten wir theoretisch auch mit den Bussen machen. Die hier noch rumfahren. Schauen wir mal eben. Wo sind sie? Da ist ein Bus. Die können wir dann mit denen ersetzen. So. Sehr schön. Haben wir. Die haben noch irgendwo Busse, glaube ich, ne? Ja, da. Wollte ich schon sagen. Können wir auch direkt machen. Sehr schön. Jo. Und du auch. Und da sind noch mehr LKWs, sehe ich gerade. Warum hakt das gerade so, das Spiel? Was ist los? Ach, Autosafe war schon wieder. Sag mal. Ich erschrecke mich immer. Ich erschrecke mich immer. Wenn dann irgendwie was hakt. Das ist Kohle. Also der... Kannst du das jetzt so machen. Jo. Da ist noch mal Kohle. So. Sehr schön. Hier haben wir alles schon da oben. Den haben wir nicht. Müssen wir auch noch machen. Damit wir natürlich alles ersetzt kriegen. Wenn es soweit ist. Ah, die sind schon ersetzt hier unten. Sehr gut. Die Busse sind schon ersetzt. Sehr gut. Das passt ja. Das ist ja Straßenbahn hier, ne? Ja. Wo waren die Buslinie? Da ist auch Straßenbahn. Da. Da müsst ihr auch immer einen Bus fahren. Genau, da fahren sie. die Neuen. Und hier oben waren glaube ich Busse. Ja. Richtig. Genau. Oh, da fahren jetzt auch mit Autos. Autos sind jetzt auch in Mache oder in Benutzung bei den Leuten. Okay. Dann ist das wohl so. Hat das Oberleitung, ja. Ah, es gibt ein neues Signal. Sehe ich gerade. Ein Fahrtsignal. Ein... Mit, ähm... Lichtzeichen. Aber brauchen wir nicht, weil wir haben keine... Oder? Ne. Oder haben wir irgendwo schon... Doch hier, klar. Stimmt bei dem hier. Aber da sind halt normale noch. Ist mein doch egal. Reicht auch. Müssen wir jetzt nicht umändern. Oh, wie viele Güter sind denn da? Was ist mit dem Zug los hier? Äh, muss man mal kurz gucken. Hat er? Halt mal auf jetzt. Hau ab. Welche Güter sind da denn? 8, 7 ist das, wo so viele sind. Krass, das kriege ich doch gar nicht mit. Ist ja der Shit. Warum war denn so viel? Oder produziert so viele. Hör mal du, dann fahr du. Ach, da ist Linie 7, der nach oben fährt. Okay. Wusste ich gar nicht. Ach, ich habe hier kein Dingens, ne? Keine... Äh, von wo habe ich denn immer dann den Zug geholt? Das ist Linie 8, der hier. Linie 7 ist viel zu schwach. Muss ich gleich mal in den Dingens schicken. Da muss ich einen anderen Zug bauen. Und länger. Da auch. 65, so viel haben wir bei weitem nicht. Was ist das für einer? Du hast 56 Passagiere. Wenn du... Pass mal auf, fahr erstmal ins Depot. Ne, du fährst erstmal, oder? Na, komm, fahr ins Depot. Scheiß drauf. Du kriegst jetzt eine andere Lok. Genauso wie du. So, du weg. Du kriegst... Du kriegst... Was ist das hier? Scheiße, ich weiß jetzt, was ist die Linie. Das ist... Die grüne. Da. 13. 13. Oh, los. Was? Auch jetzt nicht die 13? Doch, das ist die... Klar ist ja die 13, wenn sie sich verarschen. 13. Hä? Arussa, Lincoln, Palm Bay. Natürlich ist sie das. Sich verarschen. Boah, willst du mich jetzt verkohlen, Junge? Warum kommst du... Warum geht das jetzt nicht? Die fährt doch hier. Boah. Wann wiegt zur Haltestelle kann ich gefunden werden? Da machen wir das nochmal. So. Zack. 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 Und zack. So, jetzt aber. Willst du mich verarschen jetzt? Keule? Jetzt fahr los. Weißt du was? Komm, verzieh dich. Dann nimmst du halt den. Geht doch. Lacht er jetzt wirklich... Ach, ich weiß warum. Weil das keine Oberleitung ist. Ach, scheiße. Gib mir den Zug doch. Willst du mich veräppeln? Leck mich doch am Arsch, ey. Echt mal. Hör auf mit dem Auto-Safe, Junge. Geh mir aber Nüsse. So, du kannst sie auch mal verziehen. Du kannst auch den. Plus noch zwei... Nein. Güterwaggons. So, genau. Da sind mich jetzt die größeren. So. 23. Das ist Linie Rot. Das ist 7. Und los. Wo ist der Zug? Ach, da. Das haben wir. Und ich würde sagen, ich mach das sowieso jetzt mal, dass die... Hier. Was ist das hier? Offener Güterwagen. Der hat da... Das ist ja, glaube ich, derselbe, ne? Das ist, glaube ich, schon der Dicke. Äh. 4. Nein. Weg. So. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Jo. Danke. Ach. Zumachen. Danke. Du. Genau dasselbe. Du wirst ersetzt durch die. Plus die. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Danke. Der ist schon jetzt ersetzt worden. Der wird wahrscheinlich auch gleich ersetzt. Der wird auch jetzt ersetzt. Der wird mit der ersetzt. Plus. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Danke. Der wird jetzt auch ersetzt da oben. So. Was haben wir noch? Ah. Da sind auch schon zwei ersetzt worden hier unten. Den können wir auch noch ersetzen. Wie Kohl haben wir noch? 4 Millionen. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir da die Kohl auch für haben. Was ist das Öl? Der. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und tschüss. So. Da haben wir die ersten Züge alle schon mal ersetzt. Hier unten. Die werden wir auch noch ersetzen. Da müssen wir auch ein bisschen warten, dass wir die Kohl auch dafür haben. Weil sonst haben wir ein Problem. Da müssen wir nur das Geld dafür verdienen, ne? Sonst wird der schlecht. Würde ich mal sagen. So. Und wieder Autosave. Jawohl. So. Im Endeffekt sollte jetzt Linie 8 und so, sollte jetzt genug haben. Von dem Zeug. Der muss auch nur ersetzt werden, auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir wieder irgendwas gekauft. Ich weiß jetzt gerade noch nicht was. Wir haben wieder viel Geld ausgegeben gerade. Na gut, jetzt machen wir gerade richtig Minus. Ist klar. Weil die... Also neuen Fahrzeugen natürlich jetzt gerade hoch gehen. Wie hole. Aber ist ja logisch. Da Linie 14 ist jetzt auch ein neuer. Ein LKW. Da auch. Jetzt kommen die ganzen neuen LKWs. So langsam nach und nach. Aber dieses und dieses müssen wir noch machen. Auf jeden. Auf jeden. Müssen wir das noch machen. Der produziert gerade nur 62. Das ist nicht viel. Dafür, dass wir... So viel Ausgaben haben im Prinzip gerade. Was ist denn hier gewesen? Linie 7, ne? Oder 8. Ja, Linie 7 macht aber jetzt nicht wirklich Gewinn. Aber obwohl der schnell ist, muss man sagen. Aber der fährt halt nicht so. Nur 11 Güter gerade. Das ist nicht viel. Haben wir wahrscheinlich zu viel Dingens dran. Zu viele Waggons jetzt dran dafür. Aber gut. So viel Miese macht der gar nicht. Es geht. Hälschen Grenzen eigentlich. Oh, wir haben keine Kohle mehr. Eine Million gerade mal. Nur noch. Naja. So weit sind die LKWs... Ja. Ach, noch mal. Werte mich. Nicht. Alle. Schauen wir mal. Wir müssen aber unsere Flotte mal ausbessern. Äh, erneuern. Das ist normal. Geht ja nicht so weiter. Die Frage ist Kohle. Wie sieht das eigentlich von der Kohle aus? 13. Da oben ist das halt ein extremst... 32. Wenn wir da schneller wären, dann würden wir auch mehr produziert kriegen. Weil der geht jetzt auch schon wieder hoch hier. Weil wir schneller sind. Oh, yeah. Was kommt denn jetzt? Ein neuer Zug. Und... Streamlined Coach New Mexico. Okay. Das könnte ja fast Dingens sein. Neue Passagierzug. Ähm. Waggon. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch Plus machen. Ich glaube nämlich eher nicht. Weil so wie es aussieht, machen wir gerade im R-. Als Plus. Weil die Linien erst sich wieder einpendeln müssen. Der macht immer noch Plus. Unser Passagier. Zug. Der auch. Oder macht jetzt wieder Plus. Und das sind ja die neuesten Züge. Die machen aber auch kein Plus. Leider. Meiste Plus machen natürlich unsere Passagierzüge. Unsere beiden. Das ist aber Minus. Wir machen kein Plus. Die Betriebskosten sind zu hoch. Habe ich das Gefühl. Tja, wenn das so ist, dann müssen wir tatsächlich gucken, dass wir, ähm, Linien dicht machen. Dann ist halt so. Was soll man sonst machen? Zum Beispiel die Ölgüterlinie, die ist natürlich jetzt nicht so pralle. Die Frage ist natürlich, ob wir vielleicht doch noch in einem Plus kommen. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt minus 1,3 Millionen über die Jahr. Wir haben schon August. Wir kommen dem Ende ins Plus. Für das Jahr. Wir haben einfach zu viel Unterhalt. Zu viel Betriebskosten. Da ist schon wieder. 582.000 minus machen wir. Und das ist viel zu wenig. Was wir machen gerade. Jetzt kommt der nächste Betriebskosten. Das sind fast 700.000 Betriebskosten. Ist ja der Shit. Und jetzt gleich kommt der November. Rums, wieder 1,3 Millionen minus. Krass, der ist gleich vorbei. Nee. Nee. Komm nicht an Plus. Glaube ich nicht. Tja. Und ja, Ende. Wir haben hier noch minus gemacht. 522.000. Das ist zu viel. Ja, müssen wir mal gucken. Nächste Folge. Ich denke mal, wir müssen so was hier zum Beispiel. Das müssen wir echt anders machen. Linie 11. Ich weiß nicht, wo ist sie. Telessi. Da sollten wir auf jeden Fall. Einen anderen Zug hinbauen. Der kann dann ins Depot. Zurück. So. Dann müssen wir mal schauen. Der macht viel zu viel minus. Genauso wie die hier. Der macht auch viel zu viel minus. 577.000. Ich glaube, die Linie können wir erstmal aufgeben. Oder eine andere Zug dran machen. Der weniger frisst. Genauso wie der hier. Linie 7. Da können wir auf jeden Fall eine andere Lok bauen. Würde ich sagen. Das Schlimme ist nur, die sind alle viel. Das ist noch die billigste. Boah. Oh Mann. Was ist halt schön, Suchia? Hammer. Das ist noch die billigste. So in Linie 11 würde ich sagen. Gehen wir erstmal auf. Können wir immer noch machen. Wenn wir genug Geld verdienen. Dann würde ich vielleicht sagen. Dass wir. Linie 23. Wo ist denn die? Zeige ich mir die mal bitte. Das war die hier. Öl. Eine von den Ringlinien ist das. Ich verstehe gar nicht, warum die so scheiße läuft. Der fährt jetzt zurück zum Öl. Müsste Öl laden. 11. Viel zu wenig. Genau. Der fährt jetzt da runter. Warum? Wo gehen die hin? Der benutzt das doch. Hä? Der benutzt das doch. Aber die laufen trotzdem. Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Vor allem wo. Ach der. Wo fährt der hin? Achso. Ja. Ich habe ja den Ring gebaut. Stimmt ja. Stimmt ja. Verstand ich. Verstehe ich jetzt. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Schon wieder. Warum laufen die durch? Was ist das denn? Hä? Das verstehe jetzt mal einer. Die sind doch hier die Industrie. Das bedeutet nämlich blöd. Ja klar. Weiß ich nicht. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist egal. Aber egal. Wir machen jetzt erstmal wieder Ende. Und wie immer sage ich zu euch. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei einer Runde Train Fieber im USA DLC. Tschüssingen. Ich finde es das見て man sehr gut von euch S светgeräusche. Ich bin mal aufgerufen. Ich war ja immer. Ich bin dann. Ich bin mal aufgerufen.